Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Puppenstrahlender Diamant zusammen Apfel. Hallo. In der letzten Folge haben wir die Alga gefangen. Oh, schönes Ding. Ja. Und jetzt können wir nach Sonneweg weiter und ja. Wir fliegen jetzt erstmal nach Schneide. Ich muss jetzt mein Team mal nach 18 Jahren wieder heilen. Nachdem ich das wieder nach dem Hauptquartier gemacht habe, noch gibt es keinen noch. Ah ja. Okay. Ich habe mein Team auf jeden Fall seit dem Hauptquartier nicht mehr geheilt. Das wurde ja zumindest oben einmal geheilt. Ja, wenigstens ist das. Ich will mich dann lieben. Manni, Manni hat das Münster-Amelett. Manni ist der Außerwälte. Ah ja, den Schlüssel von dir habe ich immer noch nicht gefunden. Der liegt irgendwo unten. Wo liegt denn unter ihr? Ja, bevor du in das Hotel-Rezeption-Scheiß reingehst. Da unten. Da unten. Ja? Natürlich alles nicht. Sieht alles nicht so gut. Von unten aus beim Strand oder von oben aus? Von oben aus. Da liegt es irgendwo. Ich glaube, wenn du aus der Tür rausgehst, also wenn du die Tür nach oben hin rausgehst, ein nach vorne und ein nach links muss das liegen. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, Armin. Der Profi. Ich wollte den Kampffahrender nicht machen. Ist mir egal, ob noch jemand gegen mich kämpfen will. Ich will hier weg. Pingu ist zu fett für die Zäune hier. Ich habe einen Lavakeeks von der bekommen. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, gegen den habe ich schon gekämpft. Oder gern. Das ist ein Lavakeeks. Das ist ja Teldersport-Lava-Stadt, die alle Stadte-Probleme aus Pokémon-Seite. Ja, das ist ein Special-Hyperheiler. Nichts Besonderes. Darf ich hier noch gegen Seher-Eckbert kämpfen? Facken-Eckbert! Ob wir uns auf der Udo sind? Level 23. Verschwende nicht meine Zeit! Ähm. Ja. So heiße ich. Jetzt heißt Gastrodon. Ja. Ist mir bekannt. Weißt du, was mich gerade angegriffen hat? Gastrodon. Naja, aber was genau? Ähm, blaues? Shiny? Ich habe ein blaues Gastrodon gefunden. Ja, das blaue, also, das war irgendwie so, das pinke ist auf der linken Seite vom Kraterberg und das blaue ist auf der rechten Seite vom Kraterberg. Sieht voll cool aus. Das ist, ich finde das sowieso voll cool, dass man sowas macht. Das sollte viel öfter gemacht werden, so, äh, in der Region nochmal so minimale Änderungen. So schade, dass das die einzigen sind, weil die einzigen mir bekannten jetzt. Äh. Bin ich schon gern. Bin ich schon gern. Superball! Uh! Ich bin jetzt zwar schon ausgefangen, aber ich will jetzt nochmal auf, weil es cool aussieht. Und, Girafarik! Ich wollte mich schon aufregen, dass mich schon wieder so ein Scheißvieh angreift, aber da, da bin ich zufrieden. Also, das habe ich noch nicht. Jetzt weiß ich. Alter, was hat der andere letztens geschrieben? Äh. Äh. Ach ja, ich bin momentan bei 10 Stunden für ein fucking Pokémon, weil ich jetzt in Shiny will. Ha, insgesamt über 1400 Mal habe ich das legendäre Pokémon gesehen. Boah, das will mich so, das will mich so fertig machen. Wer quält sich so runter, Alter? Ja, das wäre, das wäre auch mal ein bisschen schweigen. Irgendwann wird es, irgendwann nächstes Mal. Meine Güte, bleib doch drin. Der ist jetzt, das Vieh ist jetzt zweimal bei dreimal Wackeln ausgebrochen. Ich habe übrigens keine Hyperball mehr. Sind alle da raufgegangen. Oh, Pateronymos. 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 Sehr schön. Hab ich das eigentlich schon? Ne, aber nicht. Boah, ich hasse das. Und ich hab's gekillt. Das ist ein Volltreter, oder? Möchtest du dich bitte dazu entscheiden, in diesem Ball zu bleiben? Ne. Ich wäre dir sehr verbunden. Du kriegst bei mir so viel, du darfst sogar neben dem Legendär im Pokémon chillen. Das ist dein Zimmergenosse. Oh, ein Palauterbeil. Oh ja. Ich muss mir echt Hyperbälle zulegen. Das würde nicht mehr passieren von der nächsten Arena, weil ich hier nicht nochmal rennen will. Du das jetzt wieder mit einem One-Hit machst. So ein Schwörg. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, das ist der sechste Volltreffer in Folge. Warum schwächst du denn überhaupt? Weil das Ding ja um 40 ist. Ja, 40. 40 schmiert sich. Ah. Ich bringe es jetzt um. Da hat er keine Lust mehr drauf. Ich werfe nur einen Pokéball. Okay, du wirst sterben. Jetzt kittet der auch noch, der Kollege. So. Jetzt kannst du dich ja verfaulen. Du hättest, du hättest mit mir in meiner Box, also mit mir, bei mir in meiner Box leben können. Ohne mich jemals wiederzusehen. Also, fuck it, ich geh kurz Superblick auf. Oh, ich hasse alles in diesem... ...Tag. Ich nenn's einfach mal Tag. Ja, dein Leben wurde schon sehr zerstört. Ja, sehr. So, Kollege. Ich hätte gerne... Jetzt kann man hier auch Flottbälle kaufen. Müssen wir mal verarschen? 50 Hyperbälle. Muss reichen. So, achso, ich kann ja da nicht hinfliegen. Ich verstehe nicht, warum man zu diesem Seen nicht fliegen kann. Das ist Pain. Oh, ich auch. Lassen wir eigentlich noch die Seen eigentlich noch irgendwas machen, oder? Ne. Oh, da können wir irgendwann die, äh... Da können wir, glaube ich, jetzt schon die legendären... ...Dicker finden. Die Hände. Das Seen-Trio. So heißen sie. Geil. Da können wir da schon weg... ...aus der Familie entreißen. Rio entwickelt sich! Ja, ist auf! Komm her! Ah, mein Lucario! Ich hab das EI noch nicht mal angeschaut. So, wieder so viele Trainer wie möglich dodgen. LOL, hier ist das Blögelgastodon. Erstmal einen Floatball werfen. Kampfen schlafen. Uno. Dos. Tres. Quattro. Ah ja, ich hab ja gerade ein paar lauter gern gefangen. Ich nenn... Ich glaube, ich hab schon ein, äh... ...Nein-Guru, du wirst Genesung nicht lernen. Wir sind keine Abfucker. Ich glaube, ich hab schon einen Gastodon namens Gary. Und ich nenne dich jetzt Gary. Ah, der Kiech. Das ist... Das ist... Gary, in meine Box mit dir. Gary. Sehr schön! Was gebe ich sonst noch? Ich weiß noch, hier ist mein... Äh, ein Plauder-Guy. Ich weiß noch, hier ist mein Platin-Naslog. Mein Jurope gestor... Jugo? Jugoam gestorben, als ich hier gefangen habe, wie ich es trainieren wollte, während du im Chat noch geschrieben hast. So, ich warte nur noch drauf, bis das nächste Poker von dir stirbt. Im selben Moment ist es gestorben. Ach, Pla... Natürlich! Der Gastodon bleibt instant drin, aber Plauder-Guy natürlich nicht. Nein! Plauder-Guy doch nicht. Äh, Plauder-Guy. Ist zu krass. Der Flotball. Plauder-Guy hatte mal eine Attacke, bei der du, ähm, DS mit dem Mikro was einreden konntest, was es dann bei der Attacke nachgesagt hat. Ja, aus irgendeinem Grund wurde das dann, äh, für, äh, online gebannt. Äh, pff. Ich verstehe noch nicht ganz wieso, aber... Ja, du kannst ja vor den Shit, äh, rein... Ja, ich weiß schon, aber trotzdem, das ist... Allein schon, das ist... Nein, ich hab das Plauder getötet. Das ist... Das mal gab, dass sie dachten, das wäre eine gute Idee. Das würde funktionieren. Ja, ich bin eigentlich nur wegen Empathimos hier drin. Nein, Empathimos! Jetzt hab ich hinterländer alle drei Pokémon gefunden, hier. Wie du, glaub ich. Aber ich hab eins getötet. Verstehe. Das ist schon gefährlich. Ich hab immer Angst, dass ich aussehen, den Meister Ball raus will. Ja, das wäre aber auch ein anders heftiger Fail. Ja, dann wäre vorbei. Dann wäre einfach wirklich... Dann würde ich einfach ausmachen für heute. Kannst du das Projekt gleich finden. Ja. Junge, jetzt gib mir ein Pantimus. Alter, jetzt hab ich Pantimus getötet. Warte, hier ist ein Wingull noch mit drin? Alles gibt es hier. Gastrodon, du bist der Einzige, den ich gefangen hab. Lass mich in Ruhe. Ich hab's nicht, ich hab's noch gar nicht. Lass mich in Ruhe, Gastrodon. Gut, jetzt hab ich auch noch ein Wingull. Gastrodon! Aus! Böse! Ich werde jetzt aufhören, dass du mal spitzen und so gehst. Nein! Zu kurz verhören, du kannst das nicht machen. Ah, okay. Wieder einmal einen Tag gerettet. Ich kann auch noch mit mir nieder. Ein Wingull! Ich glaub, ich hab schon einen Wingull. Gib mir doch einfach ein paar Antimus, du Stück Scheiße! Ja, weißt du eh, das wirst du nie wiederfinden, das wirst du nie wiedersehen. Erst dann, wenn du schon eins hast. Ja, 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 ja. Hier gibt's auch noch ein Bojeli, ne? Das hab ich schon lange. Das hab ich, glaub ich, auch schon, aber trotzdem. Das hab ich hier noch nicht gesehen. Ja, hab ich auch schon. Plaudergei ist back! Plaudergei! Verflucht seist du! So, erstmal ein Flottball. Zack! Uno! Das! Mal, was du bist jetzt. Das! Du Ficker! Du Verdammter! Ich glaub, ich muss auch mit Kido liegen, ne? Bei Kido kann die dann paralysieren. Natürlich muss er sich jetzt heilen. Manni macht sich Sorgen, dass etwas schieflaufen könnte. Das ist ein kleiner Vogel da. Ja. Ja. Was? I found it! I found it! And now it's mine! Alter! Ich vermiss die Zeiten, wo ich noch jedes Pokémon mit dem ersten Ball gefangen hab. Wo sind die Zeiten hin? So wie dein Dial, gell? Ah, fuck you. Das wird der Höhepunkt von allem. Alter! Du bist im gelben Bereich! Du bist ein Scheißvogel! Warum bleibst du nicht in diesem verfickten Ball drücken? Oh, was ist denn das jetzt hier gegen Vögel? Vögel sind cool, außer der! Wiederhall, ja? Mach halt deine Scheiße wiederhallen! Juckt mich nicht! Jetzt lass den Ball wenigstens einmal wackeln! Und dann gleich dreimal! Eins! Ach ja, wir schwimmen! Du fängst mich! Aua! Endlich! What? Was? Was ist los? Ah, ja, dann nehm ich halt kurz eure Wohnzimmer auseinander. F Was? Ja, so ein Scheißkinder-Pikachu-Club hat mir hier eine Maus angegriffen. Seems legit. Nein, ich wollte Kido nicht als pleiter. So, jetzt muss ich nur noch dieses Drecks-Pantimus hier fangen. Da ist es auch schon. Du? Wow, interesting world. Kachu ist einiges, was man seinen Namen sagt. True. Ich scheiß dich nur sogar auf den, äh, Flott-Ball. Ich würde es nur noch mal besser machen, wenn ihr auf ihre Namen schreiben würdet. Das hatten wir schon mal, das Thema. Ja, mir egal, ob es sie machen oder nicht. Ich finde nicht. Ich finde es besser, wenn Pikachu auch wieder seinen normalen Schrei hätte. Und ich plötzlich eins der Pokémon auf einmal nur seinen Namen sagen kann. Äh, was willst du von mir? Was ich mir die Schnauze erhebste? Ich kenne. Doch, ich habe einen Remaroid. Naja, ich habe... Stimmt, du hast den Remaroid geangelt, das habe ich nicht gemacht. Ja, wie kommst du? Gegen was? Oh, ich habe einen Netz-Folder für mich von. Wat? Gern geschehen, Mann. Alles gering aus. Gern geschehen, Mann. Fick, du scheiß Kind. Komm, bleib drin. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Danke. In die Hölle. Ich werde das Pantimos Penny nennen. Pingus Level 50. Penny. So, jetzt habe ich den Scheiß hier auch mal. Okay, in dem Pikachu-Fanclub hast du gesagt, da bist du von den Leuten angegriffen, oder? Da ist bloß ein alter Mann mit seinen Pikachus und einem Kind. Okay, die wollen aber nicht folgen. Dann geben die auch nichts, oder? Das ist Siegelfein. Oh, der Pokémon-Größenwettbewerb. Da sehe ich mich. Ich hatte da einen Traum, einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Pokémon würde mir ein riesiges Remaroid angeln und vorbeibringen. Heißt, du hast nicht nur einen Remaroid geangelt, sondern auch noch ein riesiges? Ist das schon? Ich angel hier jetzt auch mal, um zu schauen, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich nicht habe. Nein, Remaroid! Ah, geil. Eiz auf. Ah, wie schön. Wie random auch. Halt auch. Musstest du das Remaroid im Team haben? Nee, reicht ja. In der Box. Ja, voll. Hey, wenn ich es im Team haben müsste, dann würde ich es mir zweimal verlegen. Zack, gleich beim ersten Ball, weil es auch Level 15 war. Was ist denn, Stucky, und was, um was zuerst zu schauen? Ich glaube, wenn du surfst, kann sie nur noch irgendwas sagen. Äh, wie, ich nenne dich Pew. Nichts weiter, nur Pew. Ey, Bruder, ich habe dein Remaroid. Jetzt gib mir deinen Ball. Ach du meine Güte, mein Traum wurde wahr. Ich kann gar nicht glauben, wie unfassbar groß dieses Remaroid ist, was du mir da bringst. Jetzt möchte ich das auch noch auswählen, aber er hat es schon gesehen. 60,5 Zentimeter. Das Remaroid ist 60,5 Zentimeter groß. Und hast du es selbst bei den kühnsten Träumen nicht noch übertroffen? Meins war, glaube ich, 61 oder 66. Als Welt, ich angele so lange, bis ich ein großes habe. 1,6 oder 66,1. Okay, fuck das. Was, ist noch irgendwas? Ich glaube, ich wollte es eigentlich nicht angeln, weil ich nur aufzählen. Ich angle ein bisschen auf meinen Beelifass hier. Oh, wie das Wasser. Wie schön das Wasser aussieht. Oh, Tentacore. Hm, Tentacar. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Da habe ich mich auf dem Weg zum Berg angegriffen, aber ich habe es gestillt. Da habe ich gar nichts angegriffen. Sadly. Oh, ein Flottfall. Flottfall. Oh, Gott. Ein Flottfang. Der ist einmal in der Luft gewackelt. Easy. Oh. Krass. Ja, ich weiß schon. Und das nächste wird auch immer was bei dem ersten Pokéball drum läuft. Ich will das Tentacool nennen. Der englische Name ist besser. Tent... Cool. Das ist Squidward. Squidward. Wow, geil. Ach ja. Ne, ne, ne. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Boah, ich habe ein Glas Honig am Boden gefunden. Hatte es sicher noch gut. Ja. 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 So. Teil des schwächsten Gliedes aus meinem Team. So macht was draus. Ich habe keinerlei Erwartungen an dich, aber zeig, was du kannst. Eih, das Leben als Matrose ist nicht leicht. Ja. Der Matrose, Joachim. Sein Barsch war. Das ist schon schön, der Barsch war. Au. Und Barsch war ist one-hit tot. Barsch war ist schwächer als Karpentor. Change my mind. Oh, fuck off. Und Gastrodon. Da bin ich mit meinem Gift-Pokémon ja nicht so gut dran. Weg damit. Aber ich bleib dennoch drin, dass ich etwas Stechis verwirrt. Das war's. Oh, Stechi. Strong. Einmal noch. Du musst nur noch einmal treffen, Stechi. Ja, ihr habt einen Gastrodon von der anderen Seite. Stimmt. Schieb deinen pinken Arsch wieder auf die andere Seite vom Berg. Hier gibt's nur die blauen. Immer diese verdammten Einwanderer. Haben wir den auch gesucht? Da bin ich den Gastrodon erst zum Schluss eingesetzt. Ja. Komm, Stechi. Schlag dich nicht selbst. Stechi, sehr gut. Das Marschock machen wir auch noch. Who the fuck are you? Lass dich nicht mit den Füßen treten. Oh nein, die Initiative ist gesunken. Stechi. Oh, Stechi ist trotzdem schneller. Und macht es. Ja, fein, Stechi. Fein. Gluck, gluck, gluck. Sehr schön. Welcher Typ ist er denn nicht, dieser Dner? Elektro. Was wollte ich gegen Elektro? Boden... Boden. Sicher noch irgendwas, aber keine Ahnung. Stein wahrscheinlich. Hey Trainer, mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Entschuldige, ich wollte mich wohl erst mal vorschören. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ja, das war eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es gibt ja den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderungen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann kam auch noch der Stromausfall. Dann hat seine Laune sicher auch nicht gebessert. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, oder? Ich möchte, dass du ihm eine Herausforderung lieferst, die seine Leidenschaft für Kämpfe neu entfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Ich darf mich so zu nennen. Und kaufe dir mal normale Schuhe. Wir werden jetzt mal ins Poker Center gehen und dann die nächste Folge wieder wird zerstört. Aber wir dürfen erst mal wieder mit den Leuten reden hier. Dann war's das aber mit der Folge. Lass doch ein Like und eine Automanse gefahren. Schau auf beim nächsten Video vorbei. Und tschüss. Tschüss.